Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Wir hatten den Punkt 100% Finanzierung. Das ist im Grunde eine reine Kaufpreisfinanzierung, wenn Sie so wollen, 100% Finanzierung. Und da gibt es jede Menge Banken, die das machen. Ja, also da haben wir eine recht große Auswahl. Wenn Sie jetzt sagen würden, hey, ich brauche jetzt auch noch die Nebenkosten, also Kaufnebenkosten, Notar, Makler, Grundersteuer mitfinanziert, das empfehle ich Ihnen Punkt 1 nicht und Punkt 2 wird das verhältnismäßig teuer. Da nehmen die Banken also richtige Aufschläge, würde ich nicht machen. Also Kaufpreis ist okay, ja, drüber hinaus nicht unbedingt. Haben wir den Punkt soweit zu Ihrer Zufriedenheit geklärt? Ja? 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 Gut, alle nicken. Gut? Nee, das war, äh, ja, 87, 88. Okay, heute geht es um mal... Baufinanzierung, Schütt. Ich möchte einfach mit dem Trägerat jetzt haben. Ich möchte einfach mit dem Trägerat jetzt haben. bei meinem 네, wie Iron Undie war der Champ? Ich möchte einfach mit meinem Trägerat bereits haben. Ich möchte auch mit dem Trägerat na genau... Also keine Laviiener, wenn ich unten nie kümmere, Vielen Dank.